Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Hollywood Schaukeln mit Liegefunktion. Diese Hollywood Schaukeln besitzen also eine außerordentlich starke Bequemlichkeit und auch die Funktion, die Rückenlehne zum hinlegen zurückzuklappen. Drei verschiedene Hollywood Schaukeln von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen möchten wir euch in diesem Video mal vorstellen. Da sollte was passendes für euch dabei sein, bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Hollywood Schaukeln kennenzulernen. Als letztes, also an dritter Stelle, stellen wir euch das beste Premium Modell vor. Anfangen tun wir mit dem Modell der Einsteigerklasse und das Mittelklasse Modell kommt an zweiter Stelle. Viel Spaß nun beim Video. Für weitere Infos zu den Hollywood Schaukeln könnt ihr auch gerne mal unten in der Beschreibung nachschauen. Dort haben wir euch alle drei Modelle mit dem tagesaktuellen Preis auch verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit der ersten Hollywood Schaukel mit Liegefunktion starten. Es handelt sich hier um das Modell von Ransanas. Die Ransanas Hollywood Schaukel kommt mit den Abmessungen von 2,20 m in der Breite, 1,78 m in der Höhe und auch 1,30 m in der Tiefe. Sie besitzt ein geschmackvolles Design und ist für bis zu drei Personen geeignet. Auswählen kann man sie in einer grauen oder auch in einer schwarzen Variante. Und sie bietet uns eine angenehme Sitzfläche und Rückenlehne mit weicher Polsterung. Die robuste Konstruktion des Modells besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, welches für eine außerordentlich hohe Belastbarkeit bis 320 kg sorgt. Das Gestell ist wie gesagt bei der Rückenlehne auch zurückklappbar, womit man hier eine angenehme 1,75 m x 1,10 m große Liegefläche erhält. In Kombination mit dem praktischen Sonnendach, welches auch im Neigungswinkel justiert werden kann, kann man es sich hier an sonnigen Tagen besonders gut gehen lassen. Die komfortable und langlebige Struktur sorgt hier für ein angenehmes Liegegefühl über mehrere Jahre. Auch gibt es verschiedene extra Funktionen, wie beispielsweise die Getränkehalter, die den Aufenthalt auf dieser Hollywood Schaukel noch versüßen. Wenn man es bestellt, wird das Modell in nur wenigen Werktagen in zwei großen Paketen geliefert. Der Aufbau gestaltet sich hier auch relativ unkompliziert. Alle weiteren Infos zur Hollywood Schaukel von Ransanas über den ersten Link in der Beschreibung. Dort könnt ihr alles weitere erfahren und bei Interesse das Modell auch in einer der zwei Farbvarianten auswählen und bestellen. An der Kasse könnt ihr hier aktuell einen 25 Euro Rabattcode einlösen, also schaut mal über den ersten Link nach, ob dieser noch verfügbar ist. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, denn zwei weitere sehr starke Hollywood Schaukel mit Liegefunktion möchten wir euch noch vorstellen. Als zweites das Modell der Mittelklasse, die Purple Leaf Hollywood Schaukel. Hier handelt es sich ebenfalls um einen Dreisitzer, welches mit den Abmessungen von 2,43 Meter in der Breite, 1,36 Meter in der Tiefe und 1,85 Meter in der Höhe kommt. Das stabile Schaukelgestell besteht hier aus einem verdickten Metallrahmen und robusten hochwertigen Federn, die zusammen bis zu 360 Kilogramm tragen können. Der dreieckige Stützrahmen sorgt hier zusätzlich für eine Stabilität und auch einen sicheren Schwung der Schaukel. Die rutschfesten Gummifüße können die Stabilität hier noch zusätzlich verbessern und der Stahlrahmen ist für eine Wetter- und Witterungsbeständigkeit auch pulverbeschichtet. Mehrere Schutzschichten sind es hier, die das Modell rostfrei, korrisionsbeständig und witterungsbeständig machen und damit für den optimalen Wetterschutz sorgen. Highlight an dieser Schaukel ist aber nicht unbedingt nur ihre Qualität, sondern vor allem ihre Bequemlichkeit. Das Modell hat sehr gut gepolsterte Sitz- und auch Rückenkissen, sowie auch zwei extra Kopfstützenkissen dabei. Sie bestehen aus einem garngefärbten Polstergewebe mit außerordentlich hochwertiger Qualität. Der Polyesterstoff ist zur Reinigung auch abnehmbar und hat die Vorteile von hydrophoben Substanzen, das heißt es ist gegen UV-Strahlen und Ausbleichen geschützt. Besonderes Highlight dieser Schaukel ist, dass sie ja auch in eine Liegeposition verwandelt werden kann. Hier erhält man eine ziemlich große Liegefläche, auf der man es sich mit den Kissen und auch dem im Neigungswinkel verstellbaren Sonnendach gemütlich machen kann. Besonders hervorzuheben ist hier noch einmal die besondere Dicke der Kissen, sowie auch die insgesamt sehr sehr hochwertige Verarbeitung. Das Modell ist in einer Bechen- oder auch Grauenvariante erhältlich, sodass man es an die eigene Garteneinrichtung anpassen kann. Und wenn man sich für die Purple Leaf Hollywood Schaukel entscheidet, kann man aktuell an der Kasse auch noch einen 50 Euro Rabattcoupon anwenden. Auch weitere Zusatzfunktionen wie ein extra Auspacken oder Aufbauservice sind hier noch dazu zu kaufen. Bleibt nun aber auch gerne noch dran, um als drittes und letztes das hochwertigste Modell im Vergleich kennenzulernen. Es handelt sich um die Hollywood Schaukel mit Liegefunktion von Angra. Das Modell kommt mit 2,10 Meter Breite, 1,45 Meter in der Tiefe und 1,60 Meter in der Höhe. Damit ist es nicht das größte Modell, aber auf jeden Fall das mit den meisten Verstellfunktionen und auch der größten Liegefläche. Es handelt sich hier nämlich um eine dreigeteilte Sitz- bzw. Liegefläche, die in verschiedenen Stufen eingeteilt werden kann. Einmal kann man hier eine ganz normale Sitzposition auswählen, Sitz- und Rückenlehne aber auch noch in verschiedenen Stufen individuell verstellen, bis natürlich zu einer Liegefläche, auf der man mit 1,80 Meter mal 1,60 Meter besonders viel Platz hat. Das Modell kommt inklusive drei sehr gut gepolsterten Sitzauflagen sowie nochmal zwei kleinen und zwei großen Sofakissen. Alle bestehen aus einem sehr hochwertigen Material, haben eine hohe Lichtbeständigkeit und eine dicke Schaumstofffüllung und können auch bis 30 Grad gewaschen werden. Auch das Rahmengestell ist hier äußerst stabil. Es besteht aus einem verzinktem und pulverbeschichteten Stahl. Dieses ist kratzunempfindlich, witterungsbeständig und auch sehr pflegeleicht. Das Sonnendach besteht hier aus einem sogenannten Primetext-Gewebe, welches teilweise lichtdurchlässig ist und trotzdem für einen guten Schatten sorgt. Dieses Dach ist auch im Neigungswinkel verstellbar, sodass man es an die aktuelle Sonne anpassen kann. Belastbar ist das Modell mit ca. 270 Kilogramm. Damit kann man hier mit bis zu drei Personen ganz unkompliziert sitzen oder liegen. Besonderes Highlight am Modell ist aber wie gesagt die besondere Bequemlichkeit und extra große Sitz- bzw. Liegefläche. Auch ist das Modell in sieben verschiedenen Farbvarianten erhältlich, womit man es ganz genau an die eigenen Vorlieben und auch Garteneinrichtung anpassen kann. Die Angera Hollywood Schaukel ist auch unser absolutes Highlight. Wir können uns richtig vorstellen, wie man hier ganz entspannt auf diesem Modell liegen und entspannen kann. Wenn ihr nun noch mehr zu dieser Hollywood Schaukel mit Liegefunktion erfahren wollt, könnt ihr das über den dritten Link in der Videobeschreibung tun. Dort haben wir euch das Modell mit allen wichtigen Infos und dem tagesaktuellen Preis auch verlinkt. Das Modell ist mit dem Amazon Prime Versand zu bestellen, bedeutet die Lieferung ist hier kostenlos. Also schaut unbedingt mal in der Beschreibung vorbei. Dort findet ihr auch nochmal einen ausführlicheren Kaufratgeber zum Thema Hollywood Schaukeln mit Liegefunktion. Das war es jetzt allerdings erstmal von uns und unserem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurer neuen Hollywood Schaukel.